Wasser erschaffen, cool. Aber den auch, den Typen muss ja komplett inziehen und schießen, oder? Das sind ja Wucherpreise, oder? Zwar schön und gut, aber das... Das Ganze kann ich nicht mehr Tätig inziehen, aber nicht leisten, Hauberer. Ui, uuuh. Es sind aber schon geile Sachen dabei. Es sind aber schon sehr, sehr geile Sachen dabei. Da überlegt man sich zweimal irgendwie. Überlegt man sich's echt irgendwie so ein bisschen, grad zweimal. Könnte man sich das haben, oder? So, ich hab Mitgekrieg gehabt, ihr streitet's da. Was ist da los? Ich muss mir immer ein bisschen, wenn ich ihn beschreite. Haha! Was ist der Punkt in Blasen und Spellen, wenn wir sie nicht benutzen? Wir sollten bleiben! Hey, diese Leute sind nicht Kriegern, wir können uns helfen! Oder schreit sie auch. Das ist gut, auch. Oh, Mönch! Ja, Mann, Mönch! Just like I was saying. Ich will nicht, ich will nicht all diese Leben auf meinem Bewusstsein. Wir müssen bleiben bleiben! Zuck! Fine! Wir bleiben bleiben! Wenn wir überleben, wird es für eine gute Geschichte, ich glaube. Es geht doch! Danke, Roland. Der Mönch-Modus ist der beste Modus. Däger! Was wir da schon den ein oder anderen quasi umstimmen konnten, ist einfach der Wahnsinn. Okay, gut zu wissen. Was ist denn? Oh, Mann! Was? Was? Naja! Was? Was? dass ich da jetzt unabsichtlich was anderes, okay, das ist das, da kann ich eh noch nix basteln, da kann ich auch noch nix basteln. Ich wird es nur sicher gehen, es gibt einen Drank, es gibt einen Drank, wo ich mit Tieren reden kann und ich will wissen, ob ich den zufälligerweise am Start habe, Gedanken lesen, hast nicht gehört, dass ich die Viecher verstehen kann, das ist ja wieder das, bringt ja andere so ein Drank, was ist das für Abra, einfaches gibt, ja, könnt ihr es euch da auch mal ausprobieren, okay, lassen wir das mal so stehen, du hast da auch was drinnen, gut zu wissen, was hast du da drinnen, okay, du hast da wieder nix, das ist das so ein Sacker, gell, da hast du elf Sachen, steppert, was hast du da, ist da drinnen, ooooh, Diggi, nimmst du, nimmst du, der versteckt dir die ganzen Leckereien da, ist ja Wahnsinn, oder, das ist ja Frechheit, der versteckt alles, hm, das holen wir jetzt mal an, wenn du zurückkehst, da ist kein Trace des Kindes, Wetten, er hat was gefladert, Wetten, er hat was gefladert, hundert Prozent, der kleine wurde safe, was gefladert, schaut jetzt nicht so aus, wie würde ich jetzt fladern, oder? Es glaube ich nicht ohne Grund abgesperrt, ich habe eh gespeichert, ja, ja, ich habe eh gespeichert, so viele Vorteile, ich habe so viele, ja, erneut, bitte würfeln, ich habe so viele Vorteile, und trotzdem funktioniert das nicht. Haber da? Wollts mich doch mal verarschen? Er, er wollts mich doch wohl verarschen? Na immerhin, Oida, na immerhin, Oida, ja mein Witz, ich bin schon langsam verarscht gefühlt, ich bin definitiv schon alt geworden. Das geile ist, dass ich wirklich mit jedem reden kann. Der macht sogar noch ein bisschen, sogar noch umso interessanter, dass ich wirklich mich mit jedem bisschen mal kurz unterhalte. Finde ich echt geil. Arrrrrr, der macht doch Pirat! Arrrrrr, der macht doch Pirat! Step, Harry, strike, dammit! So läuft das aber nicht, gell? Der ist ja zwanzigmal aufgespießt worden. Was soll ich besser aussehen? Was soll ich jetzt machen? War ich mehr ein Ficken, oder was? Nichts, aber... Goblins in the wild, out for blood, and the Druids in here looking to kick us out, or worst. We need to be ready for a fight, but I'm useless with the sword. Mhm, safe. Wieder den Mönch rauslassen. Fokus, fokus, and strike! Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. I don't know if it's Vicky right better, but how cool. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Wäre nicht schlecht. Besser nicht sagen, was du vorhast. Besser nicht. Hopefully it's just the Goblins we have to worry about. Druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Oh, you're inspired. How nice. So, as first as I've said I've said, has she already been done? Hm? Sie hat eh, okay, sie hat eh auch einen Bogen. Ich war mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob sie jetzt auch einen Bogen hat oder nicht. Dementsprechend wollt ihr jetzt sicher mal nachgehen. Weißt du, also sicher ist sicher. Aber man kann ja nicht wissen. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart too. The futures in good hands. Go on. Give me a shot. Go on. Give me a shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi. I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. Come on. I believe in you. You can do this. Der Bursche ist ein hoffnuxloser Fall. Oh mein Gott. Hm. You're on the right path, Umi. Ich hätte lieber gern die andere Antwort geben. Ha, 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 ha. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. Oh, I doubt this room. Oh, 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 oh. The Blade of Frontiers racing through the waste of Avernus. Just ahead, a diabolical figure. Red skin, single curled horn. Blazes with flame, bloodied great axe hell pie. Why? Hell's great fires. You were on the ship. Hmm. Doom to shed our skin and become a lefid. Or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet anyway. Just be good luck. I'm not so. Your mind collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit. We're doing my mind. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Oh, when we die Geschichte ja auch noch haben. Ja, man. Ich hab das auch mal ausgezahlt. That ship sailed the sticks already. Well I can hope for us to limit the damage. Her name is Karlak. An archdevil soldier. I swore my good eye to kill. Oh. Das gute Auge. Haha. Das ganz, ganz gute Auge. The Nithids infected me before I could end her. She's out there now. Praying on the innocent. I don't kill her. She'll leave behind nothing but a trail of corpses. Safe. Oh, ich dachte jetzt, hier ist es nicht dein verstanden. Wenn du das gesehen hast, nicht dein verstanden. Geil. Sehr gut. Nächstes Crew mit Glied. Ja, Mann. Ja, Mann. Nächstes Crew mit Glied. Sau geil. Sau geil. Geil. Da liegt zwar ein Rucksack am Boden, aber ich bin mir da jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich da den Rucksack nehmen darf. Ich kann nie wissen. Ich kann nie wissen. Ein anderer. Mein Freundes Blut ist nicht genug. Komm, mich auch öffnen. In Kresch-Kalir, eine formelle Grüße beginnt mit einem Bau. Ist dieses Monster mit dir? Ich bin nicht genug. You dare interrupt? Has the Tadpole ravaged your senses? Kitsaki. Fine. Geil. Geil. Danke. Was willst du von mir? Auf der Straße nach Boulders Gate, nahe der Mautenflug. Schau, jetzt ist sie plötzlich wieder einverstanden. Also ich sehe jetzt das sofort nicht. Aber rechts ist die Karte und links ist normalerweise nichts außer das mit Verstand oder nicht einverstanden. Also besser lieber, besser lieber machen das. Wo die Karte nicht ist. Geht doch. Das ist schon geil. Ich bin mir halt nur noch nie so sicher ob ich da was aufheben darf. Weißt du was ich meine? Aber lesen darf man? Ja und. Unabsichtlich halt. Unabsichtlich. Oh, sie will mit uns reden. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. Ja. 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 Aí. Ja. Jaa. Ja. Ja. Gäste, Druiden, diese Gäste ist eine Todesdrappe. Gebe was du kannst und raus. Das ist mein Geist. Meine Selektion ist ziemlich schlimm. Ich hatte die meisten meiner Köpfe in El-Torel. Ich muss die anderen uns den Trick zeigen. Ich hoffe, dass die Kälte die Kälte die erste Mal die Köpfe in die Gäste schreiten. Ich hatte zu tun, was ich kann schrauben. Ich hatte ein paar Kälte, ich war ein Tinsmith, bevor El-Torel in die Avernus. Die Zeit, meine Talente sind eher... ...eclektisch. Ich habe viel gelernt in meinem Zeitpunkt in den Helden. Ich hoffe, dass ich die meisten davon verletze. Aber zwischen dir und mir, es ist noch mal herzeichen der hat eine schöne sammlung kampfspitz hacke ja es ist eh klar dass sie es wieder verwenden kann eine überlegung ist es immer wieder wert einmal kurz nachzuschauen wäre mal eine überlegung wert und würde nur 136 kosten als es wäre mal definitiv eine überlegung wert was haben wir dann noch soll das so schön ist der hat einiges derzeit mit dem einen kann umgehen mit dem anderen dann wieder nicht ich habe so zwar das gefühl dass man relativ schnell wieder eine bessere waffe kriegen werden aber ich finde das jetzt gar nicht mehr sonst wieder ich glaube ich werde mir etwas gönnen angebot ungefähr ausgleichen einfach mit geld ok passt einmal ausgeglichen nur mit geld ist eh klar dass ich dafür zahlen muss oder also ich meine nur ist eh klar dass ich dafür zahlen muss aber ich sage ja nichts passt oder wenigstens eine geile neue axt hätte ich gesagt habe oh ja ist schön lang was geht denn da so ab okay cool was aber auch immer mit mir wird never mit it but they take an for the other also stab each other not sure will come first thanks for cutting in it might be more than words if you hadn't we should have left by now damn nation instead we're just sitting here practically begging to be attacked staying is a mistake and what about us there's every chance we've doomed ourselves by helping these people we will end up fodder for some goblins blade all because leah insists on helping every wounded fall we see our best chance to make it to boulder's gate is on our own this place is lost you are looking at la roacan's newest apprentice aha yes that's la roacan the greatest wizard of boulder's gate no 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 i've heard that name before a young man yes lives in ramaziz tower in the upper city the very same word in water deep has it he's a bit of a cat but you say he's an accomplished wizard of course he is the greatest spellcaster along the sword coast as if i'd settle for a lesser mentor in that case i'd very much appreciated if you could arrange an introduction should we reach the city if it's powerful acquaintances you're after you have to look no further than yours truly few can match me in either magic or talent in years to come you will boast of this meeting i can assure you may we meet again in boulder's gate my friend hmmm na wenigstens nennt er uns freund das ist mal ein gutes zeichen sehr sehr gutes zeichen hmmm das nennt ihr mal ein schönen supperl ein gu estão yeh du für die wie auf so ne nur Du warst auch in den schweren Zeiten, oder? Das bedeutet nicht, dass es hinter uns ist, oder? Hier, noch mehr. Wir brauchen alle Kraft, um es nach Bouldersgade zu machen. Immerhin, er hat es nicht gefressen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich habe mir einen Tag gehabt, vielleicht schreie ich mich halt hinten nochmal an. Ich könnte eigentlich quasi mit jedem hingehen. Tantien! Oh! Es gibt keine Farbe in diesen Zücheln. Bist du hart, kalt, fäberig? Auntie Etel wird dir herausfinden. Ich habe Lotien und Potien galore. Das folgen wir jetzt aber auch gerade. Oh, nichts so fancy als das. Aber ich komme aus einer langen Linie von Frauen mit einer schwarzen Hand und so etwas. Aha! Es folgen wir jetzt aber auch gerade. Wo ist das? Oh, es ist nur eine Heilungspotie. Nichts fancy. Hier. Ich trinke die. Nichts vom Fremden nehmen. Auch wenn es dann lieber um ist. Aber bist du gut? Du siehst sehr sehr gut. Mir ging es noch nie besser. Oh, stopp! Selbst auf einem guten Tag halb der Kampen actiert wie ein paar schreiebende Brats. Ich bin getrennt, sie alle auf der Rückseite zu schreien und zu sagen, sie zu küsse und zu schreien. Nicht, dass sie ein bisschen auf mich hörten würden. Anyway. Nehmt ihr was? Ich habe ein paar Änderungen und Enden. Ja, wäre nicht schlecht. Sollen wir hier zeigen? Was hat denn die Tante so alles? Bist der Eppert, also Geld hat es. Geld hat die Tante. Bist der Eppert, aber nicht gerade wenig. Erhöht deine Stärke auf 21. Bis zu langen Rast. Ah, ich habe einen Tag gehabt permanent. Wäre geil. Dafür würde ich definitiv Geld ausgeben. Drang der mächtigen Heilung. Das ist nichts. Das ist definitiv nichts. Weil wenn ich mir das anschaue und das anschaue, das ist ein enormer Unterschied. Fix. So einen Hoverer nehme ich mit. Sicher, sicher. Sicher, sicher. So einen Hoverer nehme ich mit. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Was ist da noch so schönes? Lass mich so stehen. Ich würde mal sagen, einmal ausgleichen, bitte. Passt. Tschüss. Tschüss Karnwold. Ich fahre. Abo Leute. Dementsprechend würde ich aber auch immer wieder sagen. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.